Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Resculture House 50 Let's Plays. Ja, was gibt es zu sagen? Erstmal, ich bin gerade nicht auf meinem Rechner, sondern auf dem Rechner, den uns zu freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, unserer Moderator Sascha. Genau, und ich bin ja nicht ohne Grund nicht auf meinem eigenen Rechner, sondern habe ich jetzt leider Probleme gehabt mit meinem Rechner, daher musste ich das Betriebssystem neu installieren, dann hatte ich die ganzen Treiber erstmal nicht und war alles ein riesen Chaos sozusagen, aber wenigstens läuft der Rechner wieder und jetzt habe ich bei unserem netten Moderator mir den Treiber neu runtergeladen und werde den jetzt auf meinen Rechner ziehen. Also, dieses ganze Gerede drumherum bringt uns jetzt nicht weiter, sondern der Punkt ist jetzt erstmal, ich werde jetzt die nächsten Tage erstmal keine Videos machen und ihr werdet dann die nächsten Videos wahrscheinlich so in drei, vier Tagen sehen, vielleicht auch früher, vielleicht auch später, das kann ich am jetzigen Punkt noch nicht sagen. Ja, gut, bis dann, euch allen noch einen schönen Nachmittag und so viel war es dann von mir. Und wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, Daumen hoch, abonnieren oder einen Kommentator unterschreiben, freue ich mich immer wieder riesig drüber. Gut, bis dann und wir sehen uns im nächsten Video. Gut, bis dann und wir sehen uns im nächsten Video.